Hallo miteinander, ich bin Florian, ich bin Systemgastronom bei McDonalds und das im ersten Lehrjahr. Hallo zusammen, ich bin Kevin, ich bin im zweiten Lehrjahr, mache die Lehre als Systemgastronom bei McDonalds. Für die Lehre bei McDonalds habe ich mich entschieden, dass ich seit klein auf auch bei meiner Familie im Restaurant dabei gewesen bin und sowohl auch allgemein in meiner Familie sehr viele Personen mit Gastronomie zu tun haben. Am besten hat mir den Job gefällt mir, dass man sie schnell und früh Verantwortung übernehmen kann. Natürlich muss man sie aber auch beweisen. Am Morgen fange ich meistens um 8 Uhr an. Ich vorbereite dann noch Sachen, wie zum Beispiel die Küche, die Kasse. Während der Mittagszeit hilfe ich dann am Service, also am Drive, einkassiere, je nachdem wo es Hilfe braucht, Essen am Tisch zu bringen. Und am Nachmittag muss man damit zusammen aufräumen, alles auffüllen, damit die Arbeit wieder alles bereit ist. Und dann muss man die Kasse zählen. Also ein guter Ende bei McDonalds musst du gut überlegen können. Und auch in der Stresssituation im Köderkopf halten können. Jetzt sind wir in unserem Berufsalltag. Und wenn es euch gefallen hat, dann bewerbe ich euch jetzt. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh! Und jetzt? Und jetzt?